Wovor habe ich Angst? Also ich kann mal erzählen, so im Stadion, da denkt ihr euch vielleicht, so viele Leute, so 50.000 Leute und hat er da nicht ein bisschen Bammel und so, hat er da nicht ein bisschen mit den Nerven, da wo seine Show, zitter, zappel, zappel und so, ja, habe ich natürlich schon, ein bisschen nervös bin ich auch, ne, so ein bisschen Lampenfieber, so ein Vampir, der mich da beißt, Lampenfieber Vampir, kann schon mal passieren, aber wisst ihr, wenn ich dann so starte, wenn man flog, und dann, ich weiß ja, was das für eine geile Show ist, was das für eine tolle Band ist, so ein Family, welche Power da kommt, ne, und dann fühle ich mich nicht alleine, weißt du, denn sonst könntest du mich manchmal ein bisschen allein fühlen, das Kerlchen da mit dem Hütchen da und so, naja, und da kommen 50.000 Leute da hin, aber wir ziehen das ja zusammen durch, genau, das Publikum auch, die haben die ganzen Texte drauf und die feiern auch ihre Songs und ihre Freiheit und ihr Panikfeeling, und deswegen denke ich, ich bin da nicht alleine, wir machen das zusammen und dann habe ich auch keine Angst mehr, okay? Volker Alfter, aus welchem Quadranten der Galaxie kommst du? Das ist natürlich ein Geheimnis, Volker, das ist geheim, geheim. Volker Alfter, der darf ich gar nicht so drüber sprechen, da rätseln ja auch noch die Experten, was ist das eigentlich für ein Vogel, heißt der eigentlich wirklich Udo oder heißt der Ufo, also U.F.O.A., unbekanntes Flugobjekt. Ich weiß ja selber immer noch nicht so ganz genau, wer ich so genau bin, also ich bin so auf der Suche nach mir selber auch dauernd gewesen und so und es geht auch weiter und man kommt irgendwie nicht nur von diesem Planeten, ne, und man kommt auch nicht nur aus diesem Land, man ist irgendwie natürlich auch, man steht auch für, was in anderen Ländern passiert und so, man ist eine Art Planetenbewohner, ja, und nicht nur des kleinen Deutschlands, sondern immer mal gucken, was so was sonst passiert und ansonsten, die geheimen Kräfte des Weltalls, ich sollte ja angeblich von einem Planeten abgerutscht sein, irgendwann über Gronau, meiner kleinen Heimatstadt, ich hatte mich da festgekrallt und so, dann flog der Planeten so rüber, zickzack, dann wird hier abgerutscht und dann bin ich gelandet auf einem Doppelkornfeld in Gronau, habt ihr schon mal gehört, die Story, also irgendwie, über die Herkunft von der Nachtigall kann man immer noch nichts wirklich Bestimmtes sagen, vieles ist noch ein bisschen im Geheimen. Und wenn wir genau was wissen, dann sagen wir Bescheid. Okay, Volker? Gut, von UFO zu UFO.